Was geht ab, Leute, Nerdeleut Games, und willkommen zurück zu Far Cry 3 Blood Dragon. Bevor wir loslegen, zeigen wir der Welt erstmal noch ein bisschen den Mittelfinger. So, ist richtig. Fuck you, Garnision. Fuck you, Drachen. So sieht's aus. Auf zum nächsten Punkt. Zuchtstation? Sloan. Sagen Sie mal, Doc, wie sind Sie nur bei diesem Irren gelandet? Nachdem die USA die russische Invasion mit der Atombombe gestoppt hat, hatten wir kein Zuhause mehr. Sloan gab uns eins und ein Ziel. Wir wussten ehrlich, was er vorhat. Also gut, Doc, aber jetzt ist Sperrstunde im Brotkasten. Missionsziel ins Hauser-Labor eindringen. Das kriegen wir gebraucht. Ich wollte erst mal sagen, ich zeig dir den Mittelfinger. Fuck. Hell yeah. Keiler Sprung-Take-Sound. Lalalala. Lieber, als den Freunde Mittelfinger zu zeigen. Oh, oh, oh. Nicht mit mir. Das ist die Hula-Puppe, Tatsache. Ist mir gar nicht vorher aufgefallen. Checken wir, was drin ist. Ich liebe das mit der Spurkorrektur. Ah, so richtig alt. Herzlich willkommen im Silo der Zukunft, wo all Ihre Festungstäume wahr werden. Ich bin drin, Doc. Für eine Zuchtstation steht hier aber viel Technik rum. Das ist mehr als eine Zuchtstation. Hier baut Sloan die Hirnschirme, um die Drachen zu stellen. Ich zeig dir, was das war. Oh! Ich dachte, der wäre viel, viel näher dran. Was werde ich ändern? Zerstören Sie die Räume für die Prototypen-Konstruktion. Und wenn Ihnen Drachen mit Hirnschirmen begegnen, schießen Sie auf den Aggressionshämmer hinten auf Ihrem Schädel. Das macht Sie so aggressiv wie vorher und Sie greifen die Cybersoldaten an. Ansonsten reagieren Sie nicht auf Cyberherzen oder Feuer. Alles klar, gerade. Die Prototypen. Vier Stück. Hm, ich will eigentlich wenig Chaos gerade verursachen. Ich laufe aber natürlich mit einem Shotgun rum. Sehr, sehr intelligent. Hätte ich meine Schallgedämpfte einpacken sollen, das wäre ziemlich nett gewesen. Obwohl, wir können eigentlich zurücklatschen. Probieren wir es mal ein bisschen damit. Abwechslung ist immer nett. So. Waffen. Das Ding habe ich gar nicht gekauft, glaube ich. Oder habe ich den Schalldämpfer an die Pistole schon angeschlossen? Das ist gerade in meinem Besitz. Ja, das ist so, das Ding. Okay. Das bleibt bei nur sicherlich gesagt recht wenig. Größeres Magazin. Oder Laserzielvisier. Ich habe gar nicht genug Kohle. Oh gut. Da ist mein Shotgun. Sniper. Pistole. Weiß nicht, wie präzise das Teil ist, um ehrlich zu sein. Deckung zu Deckung. Wie ein echter Commando. Mach nicht wirklich den Schaden, den ich mir gerade aufklapp. Holy shit, das macht überhaupt keinen Schaden. Hat sich aber voll nicht gelohnt. Ich hole mir den Bogen, fuck it. Damit legen wir richtig los. Soll der Alarm kommen. Sollen die Viecher kommen, wir machen die fertig. Ah, Waffen. Bogen, habe ich gesagt. Genau. Tschüss, Pistole. Terror. Na gut, erstmal ein bisschen mit dem Bogen. Oder Sprengsätze. Ne, Bogen. Frisst man immer den richtigen. Oder auch nicht. Frisst meinen Neonbogen. Was ist denn für ein Flip? Du wirst gleich vor Schmerzen lachen. Steht da ganz platt mit dem Bogen. Da. Na, das war klar. Die Flugbahn ist scheiße hier. Oh, wie knapp daneben. Jawoll. Hedgehog. Oh shit. Ne, ich glaube den Bogen mag der nicht. Aber ich habe da noch was für ihn. Nämlich den... Terror. Komm schon, Terror findest du nett. Weiß es einfach. Meine Güte, komm. Ich mache ja schon. Da ist das Viech. Ob da ein... Ja, ich wusste es. What the hell, was feuert hier auf mich? Da. Näh. Ich wollte sich alle Soldaten so in Zukunft anhören, wenn die Kriege richtig lächerlich. Was haben wir denn hier ein Nettes? Ist das nicht so ein schickes Ding? Au, du distraught. Was sind die schon wieder hinter mir? Punschakalaka. Okay, die Viecher kommen noch nicht raus. Ich sehe schon. Das Ding da hinten müssen wir zerstören. Muss das Viecher aber dafür befallen. Ja. Pure Zerstörung. Habe ich schon gesagt, diese Terrorwaffe Liebe. Also ich liebe auf den ersten Blick eine Minigun. Richtig episch. Besser geht es gar nicht. Anal-Probe-Attacke. Ah. Und da haben wir das Ding. Bam. Weiter zum nächsten Hirnschirmkonstruktionsraum. Schon unterwegs. So. Hier kamen wir mehr oder weniger her. Und das Viech mag uns mal voll nicht. Okay, dann sacken wir aber hier lang. Wo sollen wir jetzt hier lang? Gehen wir jetzt mal hier lang. Oh, Gruseltüren. Was für welche? Oh mein Gott, ey. Die machen sogar richtig kranke Experimente. Oh. Da hinten stehen die ja schon. Sagen wir mal für Ablenkung. Oh shit, das war eine scheiß Ablenkung. Ja. Sorry. Die gehen drauf. Ich fühle mich gerade wie der Heavy in Team Fortress. Mit seiner netten Sasha. Oh, wie viele hier sind. Ich bin heavy weapons, die. I have come to destroy you. Oh, mir geht langsam die Munition aus. Lame. Oh, natürlich. Hier kommen ganz schön viele. Ja, gut auch Alarm ausgelöst. Ich kann schon mal ein bisschen hier den Aim trainieren. Yes. Hello, hello, hello. Da oben seid ihr doch sicher, oder? Na? Warum ist denn hier keiner? Komm schon, ich hab schon so lange den scheiß Bogen aufgezogen. Hallöchen. Der Pfeil einfach da stecken bleibt. Hoffentlich bleibt der nicht so lange am Leben. Shotgun. Bad end. Boom. Der lebt ja immer noch. Shotgun to the face und er überlebt das. Wahnsinn, okay. Okay. Da frag ich mal ein paar Schüsse lang Terror aus. Das geht immer nur am schnellsten. Fehler, Munition. Sicher, Munition. Sag ich doch. Komm schon. Das Viech lebt immer noch. Müssen wir einmal kurz heilen. So geht's nämlich auch. So, ho. Ich bin grad vorbeigelaufen an dem Ding. Ja, aber sowas von. Boom. Fertig. Und zack, bin ich da. Aber immer doch. Oh mein Gott. So sieht's aus. Da wollte ich mal richtig episch gerade runterspielen. Das Teil war noch nicht offen. Springen. Oh. Boom. Get. Oh, bitch. Hell yeah. Das lenne ich doch mal wunderschön. Okay, die untere Ebene. Oh. Coole Sache. Das lenne ich mir infiltriert. Der Eindringling darf die Zuchtstation nicht erreichen. Sonst könnte er die Notflammenwerfer an der Wand auf das Eigelege richten. Ach so. Dankeschön für den Tipp, du dämlicher Computer. Das lernst du nicht beschädigt werden. Frag das. An alle. Bitte gehen Sie mit scharfer Munition gegen den Eindringling vor. Jetzt gibt's was auf die Eier. Oh ja. Das gibt blaue Eier. Oh, shit. Hier können wir gut snipern. Köter, 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 miau. Oh. Ich hab ihn getroffen. Yes. Russische Wodka-Kugeln. Trinken eure Bier ein. Irgendwie will er nicht zoomen. Zoom, zoom, zoom. Oder hab ich keine Munition mehr? Doch. What the hell? Ich kann nicht zoomen. Jetzt kann ich zoomen. Was zum Teufel. Ah, das wird er schon nicht. So ist brav. Ey, ich muss mich heilen. Oder? No. Oh ja. Ah, pure Befriedigung dieser Headshots. Geht so ab. Dämliche Eier. Genau die müssen wir zerstören. Shotgun. Mittelfinger-Time. Ey, das ist geil. Das ist geil. Ich kann gleichzeitig Mittelfinger zeigen, Waffe wechseln. Oder Waffe wechseln Mittelfinger zeigen. Fuck you, fuck you, fuck you. Scheiß Eier. Kaboom. Erinnert mich fast an die Drogenplantage in Far Cry 3. Aber nur fast. Ich mag mein Ei knusprig. Knusprig? Äh. Feuer regt die Blutdrachen nur an. Es verletzt sie nicht. War ja so klar. Irgendwelche Viecher brechen nur gleich hierher aus. Aber wissen Bescheid. Wir müssen genau auf den Hinterkopf zielen. Da haben wir schon ein leckeres Viech. So, guck mal her. Ja, das war's, glaub ich. Oh, er fahrt mich ja richtig in die Luft. Okay, wir müssen schnell machen, bevor uns das Viech komplett zerquetscht. Ich will nicht zu. Dino-Futter werden. Noch so ein Viech. Nein, 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 falsche Waffe. Komm schon runter. Ist das Viech das Heil verloren? Ja. Okay, mehr Eier zerstören. Okay, müssen wir mal langsam hier gewesen sein. Ich. Liebe Rühreier. Ja, wir sind im Moment auch einfach nur unwiderstellig heiß. Dino, lass mich in Ruhe. Geh in deine Zeit zurück. Wie sollten wir die Eier von den Dinos zerquetschen? Also nicht die Eier, die hier liegen. Ich bin nur noch eine lustige Spritze. Die Drachen gehen mir furchtbar auf den Sack. Sind das etwa Aliens? Aliens. Ohoho, ich kann nicht mehr. Komm schon, lad die Scheiße nach. Ja, ist klar. Ist klar, ist klar, ist klar. So viel Schaden habe ich weniger gerechnet. Scheiße. Komm, jetzt lad mal vernünftig nach. Genau, zerstört euer Eier doch einfach selber. Habe ich viel weniger Arbeit. So. Komm schon, nur noch die letzten. Okay.